...gerettet habe und die haben mir alle meine Haare rausgerissen. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich bin übrigens Künstler, ich mache Videos im Internet. Ich bin kreativ, ich kann... Ich bin selbstständig und kreativ, ja. Ich habe eine Galerie, in der ich Bilder male. Ich habe eine Galerie in Berlin, aber... Wenn du willst, kann ich dich mal zeichnen. Sowas, Alter. Dann wird halt Cindy sagen... Alter, okay. Chilltastic, Alter. Warum nicht? Smile. Jetzt...